Ford wurde zur Verschrottung aller ihrer vernetzten Fahrzeuge verurteilt. Was ist da eigentlich passiert? Der japanische Patentverwalter IP Bridge hat Ford angeklagt, LTE-Lizenzen für ein Patent nicht bezahlt zu haben. Daher hat das Münchner Landgericht 1 verfügt, dass sämtliche Ford-Fahrzeuge ab 2012, die den Ford Pass Connect nutzen, zurückgerufen und verschrottet werden müssen. Natürlich muss Ford jetzt nicht wirklich alle Fahrzeuge zerschrotten. Denn einerseits ist das Urteil vorläufig. Um die Vorläufigkeit dieses Urteils aufzuheben, müsste die Firma IP Bridge Sicherheitszahlungen in Höhe von 272 Millionen leisten. Ford kann das natürlich umgehen, indem sie entweder die Lizenzgebühren einfach bezahlen oder selbst wenn sie die nicht bezahlen müssten und IP Bridge die Sicherheitssumme hinterlegen würde, müssten sie die Fahrzeuge natürlich nicht verschrotten, sondern lediglich die Teile ausbauen, um die es geht. Verkäuflich werden diese Fahrzeuge dann aber nicht mehr, weil diese Technologie benötigt wird, um diesen E-Call für das Notrufsystem zu benutzen, was seit 2018 Pflicht für alle neuen Fahrzeuge ist. Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Denn auch VW, General Motors und Daimler hatten alle schon das gleiche Problem und haben alle im Nachgang ihre Gebühren bezahlt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also egal wie sich Ford entscheidet, es wird auf alle Fälle verdammt teuer.